Kennst du das Gefühl, du siehst so einen räudigen Käse und weißt nicht, ob du weinen, lachen oder kotzen sollst? Oh, das ist widerlich. Fifty Shades auf Grauschimmelkäse. Schau dir mal diesen Pelz an, Alter. Blitzherpes eingetragener Verein, Bruder. Der Käsesomalier-Dude, der mit das Ding geschickt hat, meinte, das ist der Ekligste, den er kennt. Und ich darf jetzt gleich herausfinden, ob ich in Zukunft dasselbe behaupten darf. Yay! Aber immerhin hat er dazu einen passenden Wein beigelegt. Wir haben einen südostafrikanischen 2024er Freixenite. Kommen wir zum Käse. Gar kein Bock auf dich, ne? Guten Appetit. Schmeckt gar nicht so scheiße, aber der Anblick widert mich an. Birgit, du siehst irgendwie hungrig aus. Probier doch mal. Ja doch, komm, das ist Käse. Calcium ist gut für die Knochen. Deine sind doch eh so Felix-brüchig.